Hier seht ihr die neueste Produktreihe von unserem Sponsor Speedlink. Diese Produktreihe besteht aus 5 Teilen, einmal eine LED Gaming Mousepad, einmal ein RGB oder RGB Opto Mechanical Tastatur, RGB Mouse, ein Metal Keyboard und ein RGB Mousepad. Im Nachfolgenden, auch unten verlinkt, in der Beschreibung werden wir in 5 Unboxing Videos diese Produkte auspacken, gucken, was können sie, wie fühlen sie sich an, sie ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen und wir werden auch ebenfalls in der Beschreibung von diesem Video hier verlinkt Vergleiche anstellen zwischen den beiden Tastaturen, Vorteile, Nachteile von dem einen, was ist bei dem einen besser, was ist beim anderen besser, auch vielleicht vom Handling, Größe, Gefühl oder sonst irgendwelche Faktoren und das gleiche gehen wir natürlich auch passend dazu, zu den Mousepads durch. Also lasst euch überraschen und seid gespannt, was da kommt.